Guten Tag, ich bin Direktor des Universitätsinstituts für Radiologie am Klinikum Oldenburg. Wir sind auf der Suche nach engagierten Fach- und Oberärzten für unser Team. Ich habe hier als Assistenzarzt in der Abteilung Radiologie angefangen und zurzeit arbeite ich als Leitender Oberarzt von der Klinik und gleichzeitig leite ich die Katheterlabor. Was mir besonders gefällt, ist das Arbeitsklima bei uns. Ich finde das richtig angenehm, also ich komme gerne zur Arbeit. Fort- und Weiterbildungen sind zum Teil innerhäuslich möglich, aber auch wenn man externe Weiterbildungen machen möchte, dann werden die hier ziemlich großzügig unterstützt und auch bewilligt. Einige Kollegen gehen manchmal zusammen klettern, also wir treffen uns tatsächlich auch sehr viel in der Freizeit. Mich hat das breite Spektrum hier sehr angesprochen und der gute Ruf hat mich auch hergezogen. Man merkt schon, dass sich der Forschungs- und der Lehraspekt deutlich verstärkt haben im klinischen Alltag. Sie möchten sich persönlich weiterentwickeln und an einer Klinik mit modernster Technik mitwirken? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Dann freuen wir uns über die Ruf hat mich auch schon 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 über